Hey Leute, was geht? Ich hoffe, ihr könnt es in einem neuen Video! Leute, ich bin heute zu Hause mit meinem Handy, denn Leute, ich habe so eine krasse App installiert, das wird viel zu krass! Und zwar kann ich erst sehen, wo Ente die ganze Zeit ist. Warte, ich gucke mal, kann ich den schon irgendwo sehen? Immer wenn er meiner Nähe ist, dann kann ich den irgendwo sehen. Hä? Leute, da unten seht ihr das? Nein, der bewegt dich da unten, der macht da irgendwas. Ich sehe den einfach hinter der Wand. Aber der ist richtig tief, oder? Ich glaube, der ist in der Hülle irgendwo. Oh, und Leute, ich habe doch eine App installiert, dass ich mich gleich in jeden Mom verwandeln kann. Aber dazu kommen wir erst mal gleich. Ich will sagen, wir rufen erst mal Ente an. Piep, 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 piep. Alpha! Hör Ente, was geht, Kumpel? Was geht, Mann? Mein Empfang ist so schlecht. Warum ist dein Empfang schlecht, Ente? Ich bin gerade in der Höhle und ich weine gerade. Du bist gerade in der Höhle, ach so. Ja, Mann. Suchst du gerade neue Dears, oder was? Ja, aber das wird doch voll lange dauern. Ja, okay, Ente, dann will ich dich nicht weiter stören. Bis später. So, Leute, ihr könnt es sehen, der ist da unten. Wie ist denn die Höhle da reingekommen? Hä, ist irgendwo der Eingang? Oh, Leute, ich glaube, hier ist der Höhleneingang, oder? Ja, hier geht es runter, glaube ich. Ja, hier geht es weiter, so nice. Oh, Leute, ich glaube, wir kommen jetzt da runter zur Ente. Okay, ich muss mich jetzt in irgendeinen Mob verwandeln. Und werde den gleich richtig krass angreifen. So, und zwar würde ich sagen, verwandle ich mich in ein Zombie. Schaut mich an, Leute. Und, Leute, ich habe neue Eingangs willkommen bei Zombie. Und zwar erst mal so ein Deerhelm. Nice, damit ich stärker aussehe. Und so Gehörner, die ich werfen kann, die sind richtig krass. Guck mal, hier ist jetzt eine Fledermaus. Und die sollte eigentlich ein One-Hit sein. Und zack, nein, nicht getroffen, nein. Okay, Leute, ich muss lieber aufpassen, weil das ist richtig wertvoll. Ich würde sagen, ich gehe dann direkt zur Ente runter. Oh, der kommt dann gerade. Und ich greife ihn schon mal an. Zack. Wow, das ist ein Zombie. Oh, Leute, ich darf nicht zu aufwändig sein. Ich greife ihn einfach nur mal an, würde ich sagen. Wow, das hat ein halbes Herz. Zombie, nein. Oh, das hat ein halbes Herz. Leute, wir dürfen ihn noch nicht besiegen. Ich muss ihn noch länger trollen. Hilfe. Ey, der baut sich ein. Nein, ich kann auch keine Blöcke abbauen, mein Zombie. Nein, kann ich hier wirklich nicht mehr durch. Oh, nein, das kann nicht wahr sein, Leute. Da muss ich schnell irgendwas anderes werden, würde ich sagen. Irgendwas, womit ich dann durchkomme. Oh, ich habe eine richtig gute Idee. Ich werde ein Enderman. So, Leute, wie OP sehe ich bitte aus? Leute, kann ich mich da jetzt auch durchteleportieren? Komm schon. Dass er so krass ist, ist er immer noch am Stehen. Oh, jetzt bewegt er sich. Ich glaube, ich könnte da irgendwie durch, oder? Ah, Leute. Hä? Ich bin auf jeden Fall schon mal... Okay, ich bin auch nicht weitergekommen. Vielleicht kann ich da irgendwie durch, Leute. Ich muss irgendwie probieren. Und zack, Leute. Ich glaube, ich habe es geschafft. Wo bin ich hier? Ja, der ist da vorne. Nice. Jetzt bin ich frei. Ja, 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 Leute. Er träumt. Ich bin gleich bei ihm. Und zwar als Enderman. Ich werde dir so viel Schaden machen. Komm her, Mann. Oh, oh, der sieht mich, glaube ich, noch nicht. Und kann mich, glaube ich, nicht hören. Ja, aber das sind Pilze. Wenn er sich jetzt einmal umdreht, dann ist es, glaube ich, vorbei für den. Warte, ich würde sagen, ich greife den jetzt sofort an, Leute. Und zack. Hä? Was war das? Komm her, Mann. Ich mache den Platz, Mann. Oh, Leute. Der muss richtig Angst haben. Gewinn. Oh, ich muss wegteleportieren. Schnell. Enderman. Der darf für dich zu viel Schaden machen. Der verfolgt mich, glaube ich, oder? Oh, oh. Aber zum Glück kann ich mich teleportieren. Auch hier mit Enderperlen. Und jetzt, weil ich sage, habe ich den wieder an. Zack. Und schon weg hier. Okay, ich glaube, der wird mich nicht mehr so einfach finden. Zack. Wieder wegteleportiert. Hier bin ich erst mal sicher. Ich muss ein... Ne Fledermaus. Schaut mich an, Leute. Und ich glaube, ich kann jetzt fliegen, wie ich will. Hier, guckt. Ich kann hier einfach rumfliegen. Und ich glaube, ich bin nur ein Blockruss. Das heißt, ich sollte überall durchkommen, Leute. Das ist richtig OP. Und ich kann richtig schnell fliegen. Aber warte, kann ich ihn überhaupt Schaden machen? Ich glaube, ich kann hier einfach nur neben dem rumfliegen. Ich kann hier einfach nur neben dem rumfliegen. Ich kann nicht angreifen. Ja, aber ich bin sicher. Ach, der denkt, dass der Endebein immer noch hier ist. Aber ist er schon lange nicht mehr. So, dann geh ich über das Wasser raus einfach. Oh, der geht raus, oder was? Das kann nicht wahr sein. Der darf nicht abhauen. Nein, ich wollte, dass er in der Höhle bleibt. Das kann nicht wahr sein. Ich kriege den Schilder her, Leute. Der darf ich nur nicht sehen. Ich bleibe mir die ganze Zeit so ein bisschen versteckt. So. Raus da, schnell. So, dann geh ich wirklich raus. Leute, was tue ich jetzt? Was kann ich noch von Mob, während er den gleich angreifen kann? Ich muss mir irgendwas überlegen, Leute. Irgendwas krass. Oh, ich bin, glaube ich, aufhändig. Ich fliege hier schnell weg. Oh, der hat mich gesehen, Leute, aber ich bin eh nicht gefährlich. So, warte, was könnte ich werden? Ich muss irgendwas krass werden, was ich noch am Tag angreifen kann. Oh, ich habe eine richtig gute Idee, Leute. Ein Creeper. Weil die kriegen ja keinen Feuerschaden. So, dann würde ich sagen, lande ich hier unten und verwandle mich in ein Creeper. Schaut mich an, Leute, wie nice. Jetzt bin ich einfach ein Creeper geworden. Und, Leute, ich kann sogar explodieren, wenn ich will. Das wird auch noch mal richtig nice. Oh, Leute, guck da vorne, da steht der. Ich glaube, der sortiert gerade sein Inventar oder so. Deswegen steht er rum. Das ist meine Chance. Jetzt gehe ich einfach so langsam hin wie ein richtiger Creeper. Oh, nein, er bewegt sich. Er hat sich bewegt, Leute. Nein, das ist gar nicht gut. Er muss mich sehen. Komm schon. Oh, oh, Leute, ich glaube, er bemerkt mich nicht. Oh, jetzt gleich kann ich explodieren, wenn ich neben ihm bin. Und... Zack. Wow, ich habe ihn sogar besiegt, Leute. Nein, und guck mal, wie viel ich hier kaputt gemacht habe. Nein. Oh, oh, jetzt muss ich schnell verstecken, weil ein Creeper ist ja eigentlich weg, wenn er besiegt wurde. Schnell geben und rein, zack. Jetzt sollte er mich nicht mehr sehen. Was hat dafür eine Explosion hinterlassen? Ich muss so einfach gehen. Ich muss denn warten. Das stimmt irgendwas nicht. Oh, oh, oh. Der will zu mir gehen. Nein, Leute, ich muss schneller aus. Ich muss schnell zurück verwandeln. Ich gehe schnell aufs Klo oder so, wenn ich sage hin. So, drei, zwei, eins. Wow, ich bin wieder eifer. Let's go, Leute. Eifer, wo bist du? Oh, oh. Hör, 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 Hör. 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 Hey, warum hast du so viele Einkommenskomische da? Ähm, ich war in der Natur, Hör. Warum, warum fragst du hier? Ich habe einen Baum abgebaut. Hey, Lama. Ein paar Erdbrücke. Nee, hä? Aber einfach, ich muss dich wahren. Was denn? Mach Fenster und Türen zu. Da sind gefährliche Mobs da draußen los. Also, wirklich? Ja, wirklich, ich schwöre. Genau, Häuser oder was? Oder das ist ja gar nicht gut. Dann mach schon mal alle Türen zu, würde ich sagen. Damit hier niemand einkommt. Ich gehe wieder. Pass auf dich auf. Ich gehe zu mir nach Hause. Okay, dann pass du auch auf dich auf, bitte, mein Coupé. Ja, mach ich. Oh, Leute, das war richtig knapp. Ich hatte ja alle Blöcke und alle Items vom Creeper noch eben in der Hand. Das war sehr gefährlich. Ach, egal. Ich muss wieder überlegen. Was könnte ich wieder werden, Leute? Oh, ich habe da was. Und zwar werde ich ein Chicken. Leute, jetzt bin ich einfach ein richtig krasses Chicken geworden. Und guckt mal, was ich hier für Items habe. Ich kann hier einmal Lava hinmachen. Ich kann Wasser hinmachen. Und sogar Dynamite. Da habe ich das Gewürz dann gleich richtig explosiv, Leute. Und ich habe ihm noch Eier zu werfen, wenn ich will. So, aber der hat gesagt, er ist nach Hause gegangen, oder? Oh, da vorne steht der. So, Leute, ich gehe jetzt als normales Chicken einfach zu ihm. Oh, das Chicken. Was geht für ein Freund? Komm rein. Oh, Leute, lass mich sogar rein. Wie nice. Sag doch. Junge, das ist ein Bro von mir, Alter. Komm mit. Leute, er sieht mich wirklich als Freund, nur weil ich ein Chicken bin. Wie nice. Komm, wir schauen den Film zusammen. Was geht? Leute, wie sehe ich denn jetzt aus? Hä? Der packt ja voll rum. Was ist mit dir los? Oh, Leute, ich darf nicht so auffällig sein. Ich bleibe hier ein bisschen lieber normal, würde ich sagen. Okay, jetzt halte ich für sich. Oh, da müssen wir was zu essen machen. Perfekt. Warte ich nix so mit meinem Kopf hier. Warte ich schon nicht gut zusammen raus. So, derzeit, Leute, werfe ich jetzt einfach einen Lava-Ballon auf den und zack. Let's go. Oh, oh, das wird richtig gefährlich, Leute. Hä? Ah, Lava. Oh, nein, Leute, das war ganz zu krass. Chicken, lauf, 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 das ist Lava. Sagst du mir, ich soll laufen? Ich glaube, er weiß nicht, dass ich das war. Lauf weg, Chicken. Ich habe deine Sorgen hier. Oh, danke. Okay, ich kann nicht reden als Chicken, aber nice, Mann. Die werde ich jetzt essen. Jam, 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 jam. Was geht dir vorsichtig an? So, und jetzt würde ich sagen, werfe ich doch direkt einen Dynamit. Zack. Ah, hey, du hast gerade einen Dynamit geworfen. Ich habe das genau gesehen. Oh, Leute, ich weiß nicht. Nein, ich muss so, äh, nein, nicht so. Das ist meine Küche, der Lava-Ballon. Nein, das funktioniert nicht. Okay, ich will schneller, aber zack, zack. Hey. Und werfe Ei auf den. Alter. Oh, oh, jetzt musst du wissen, dass hier irgendwas schiefläuft, Leute. Dass irgendwas nicht stimmt. Nee, was stimmt da nicht. Oh, oh. Wo steckst du, Hühnchen? Oh, 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 Leute, ich habe noch ganz viele Ballons. Ich bin doch ganz krass. Komm her, Mann. Und jetzt Dynamit, zack. Und Wasser und boom. Komm schon. Oha, Leute, ich bin voll krass. Komm her, Hühnchen. Jetzt hast du gar keine Chance. Krieg mich. Ah, jetzt ist es gefährlich, Leute. Nein. Oh, Leute, oh, Leute, wo soll ich hingehen? Ich habe keine Ahnung. Ich kann doch nicht fliegen, ganz schicken. Doch, ich kann fliegen. Leute, was bin ich für ein OP-Chicken? Hey. Hey, warte, Leute, ich löse mal auf. Und zwar bin ich... Alter, was geht, Kumpel? Alter, wo ist das Hühnchen, denn ich suche ein Hühnchen? Ach, das war ich gerade so am Rumpfliegen. Hat alles kaputt gemacht. Ich habe es gesehen, Nente. Ja, genau. Wo ist das? Das hatte diese Items hier, oder? Ja, genau. Du hast recht. Ich habe ihm die Items alle geklaut. Was? Hast du gut gemacht, hast du es gegrillt? Ja, ich habe ihn besiegt. Nice, Mann. Ja, Mann. Leute, würde ich sagen, lasst lang. Lasst da, oder schreibt mal vorbei. Und dann würde ich sagen, tschüss. Ciao.